Im Baryong beschäftige ich mich mit den verschiedenen Gütern und den Qualitätsanforderungen der Angst- und Pfistern sprechen müssen. In der Spedition ist die Hauptaufgabe die Wahrheit zu kontrollieren, sicherstellen, dass sie vollzählig ist und dass wir sie gut verpacken. In der Lehre gefällt mir am meisten, dass wir verschiedene Abteilungen kennenlernen und dass wir gleichzeitig ein sehr lustiges Team sind. In der Wahrannahme ist meine Hauptaufgabe, die Wahrheit zu erfassen und zu abladen. Was mich jeden Tag motiviert, ist, dass ich neue Leute kennenlernen und den verschiedenen Sprachen höre, da wir sehr international sind. Ich habe den Beruf Logistiker EFT ausgewählt, weil er eine gute Zukunftsperspektive hat, wo ich dadurch meine Computerkenntnisse vertiefen kann, Masszeichnungen lernen lesen und meine Fremdsprache fördern kann. Wenn wir zwei dieses Interesse geweckt haben als Logistiker EFT, dann bewirb dich doch heute noch bei der Firma August und Pfister. Tschau zusammen!